Musik Grüßt euch ihr Lieben und herzlich willkommen zu den Worst News. Die Intergalactic Aerospace Expo 2953 steht vor der Tür. Und ich habe noch so einige Neuigkeiten für euch, die ihr wissen müsst, bevor dieses Riesenevent dann losstartet. Die Live-Version ist momentan die Star Citizen Alpha Version 3.21. Aber es kann nicht mehr lange dauern, denn die Alpha 3.21.1 ist mittlerweile schon länger für alle Bäcker offen im BTU und sollte ja dann auch die Intergalactic Aerospace Expo morgen Abend einleiten. Die Tech-Preview ist zurzeit offline und wir müssen leider, leider auf Pyro verzichten, schnief. Bevor wir einsteigen in die Themen, kurz noch einmal die Information. Morgen, wie gesagt, öffnet die Intergalactic Aerospace Expo auf Microtech. Vom Freitag, den 17. bis zum 30. November geht das ganze Event. Wir streamen jeden Tag zusammen mit vielen Star Citizen Content Creators, die ihr natürlich alle kennt. Samstag zum Beispiel gibt es einen Co-Stream mit Knusper. Montag geht es dann weiter mit Massmon. Am Dienstag bin ich dann im Co-Stream mit dem Dacasko und ich denke auch dem Headless Chris. Und Freitag ist dann Good Old Carolinger am Start und wir schauen uns auch dort gemeinsam die Messe an. Es gibt Verlosungen, Testflüge der neuen Schiffe, Neuigkeiten direkt von der RSI-Seite und viele Informationen über eure Lieblingsschiffe und Fahrzeuge. Also nicht verpassen, der Stream startet jeden Tag ab morgen bis zum Ende der Messe um 16.30 Uhr. 17 Uhr gehen wir dann kurz auf die Seite von Robert Space Industries, schauen uns die Neuigkeiten an und anschließend dann über die Messe. Ich freue mich mega da drauf. So, was erwartet uns heute in dieser Sendung? Wir schauen uns zunächst die Übersicht der Intergalactic Aerospace Expo Ausstellung an. Die ist nun veröffentlicht worden. Dann gehen wir direkt rein ins Spektrum. Dort gibt es ein IAE 2053 FAQ. Gerade wenn ihr neu seid, solltet ihr euch das anhören. Hier gibt es jede Menge wichtige Informationen für euch. Unter anderem auch, wann die Wellen sind für die limitierten Schiffe. Also dranbleiben, es könnte interessant werden. Dann gibt es Informationen zum Buyback Token für 2024. Anschließend dann geht es zum Roadmap Update und der Übersicht. Wir gehen mal direkt auf die Release View und schauen uns mal an, wie das Ganze jetzt aussieht. Und ganz zum Schluss, Freunde, möchte ich den Gewinner, der Cutter Scout von Drake Interplanetary bekannt geben. Also Freunde, dranbleiben, wir legen los. Und zwar mit der Übersicht auf der Seite von Roberts Space Industries, der Intergalactic Aerospace Expo 2953 Ausstellung. Die Intergalactic Aerospace Expo ist zurück auf Mycotec. Und wir feiern die wichtigste Luft- und Raumfahrtveranstaltung dieses Jahres mit der Einführung eines Freefly Events. Also aufgepasst, liebe Leute, ein Freefly Event steht bevor. Was bedeutet das? Jeder, der schon immer mal Star Citizen ausprobieren wollte, hat in diesem Zeitraum die Möglichkeit, sich dort anzumelden, einen Account zu erstellen und dann Star Citizen vom 17. bis zum 30. November umsonst zu testen. Das Schöne daran ist, ihr könnt auf die Messe gehen, euch jedes flugfertige Vehikel ausleihen und es testen, probefliegen, Missionen machen und einfach mal das Wörs genießen. Vergesst aber nicht, bei der Erstellung des Accounts einen Referral-Code zu verwenden. Da könnt ihr jeden nehmen, den von eurem Großvater, Onkel, Tante, Mutter oder Wellensittich. Hauptsache, derjenige hat einen Account und einen Referral-Code. Das solltet ihr auch unbedingt tun, denn so bekommt ihr 5000 Alpha UEC. Das ist die Ingame-Währung extra. Und später, wenn das Spiel dann released wird, wird es natürlich auch in UEC umgerechnet. Und ihr startet halt mit ein bisschen mehr Geld. Ob es ein Referral-Bonus-Programm gibt, davon habe ich noch nichts gehört. Aber da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, wenn ich irgendetwas höre. Wenn ihr nun keinen Wellensittich habt, dann könnt ihr auch gerne meinen Referral-Code nehmen. Den blende ich euch hier gerne ein. Dafür bekommt ihr, wie gesagt, die 5000 UEC extra. Und ich bekomme einen Punkt auf meiner Referral-Liste. Und vielleicht ja irgendwann eines Tages die Javelin. Wer weiß. Aber wie funktioniert das Ganze denn jetzt praktisch, wenn ihr euch einen Account erstellt habt? Während der Intergalactic Aerospace Expo kann jeder das unglaubliche Persistent Universe von Star Citizen kostenlos erkunden. Auch wenn sie kein Star Citizen-Spielepaket haben, können sie es kostenlos testen. Und mit Drakes neuem Starterschiff, der Cutter, die wir allen Spielern kostenlos zur Verfügung stellen, während der Dauer des Events stilvoll zum Ingame-Event fliegen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es während der Zeit auch wieder vergünstigte Starter-Pakete gibt. Unter anderem wahrscheinlich auch die Cutter, was viele freuen wird. Ab dem 17. November, 16 Uhr, UTC, das ist 17 Uhr bei uns in Deutschland, wird jeden Tag ein anderer Schiffshersteller für 48 Stunden eine der Messehallen übernehmen. Es gibt jeden Tag etwas Neues zu sehen und fast alles, was ausgestellt wird, kann kostenlos getestet werden. Schaut euch dafür den unten stehenden Zeitplan an, um eure Testflüge zu planen. Und genau das machen wir jetzt, würde ich sagen. Morgen, dem 17. November, also Tag 1 der Intergalactic Aerospace Expo, starten wir mit Gatak, Aopoa, der Banu Manufactory und Asperia. Die Schiffe, die wir dann für 48 Stunden lang anschauen und testfliegen können, sind die Aopoa K2i, die Aopoa Nox, die Banu Defender, die Asperia Blade, die Asperia Glaive, die Asperia Prawler, die Asperia Talon und die Asperia Talon Shrike. Und, Freunde, eventuell kommt da auch was Neues. Okay, ich verrate es euch, es ist die ***. Hm, komisch. Okay, es ist die ***. Nee, klappt nicht. Na gut, dann müssen wir eben bis morgen warten. Am 18. November, also am zweiten Tag, öffnet in einer zweiten Halle neben den Alienherstellern Aegis Dynamics seine Pforten. Hier werden dann folgende Schiffe ausgestellt. Die Avenger Stalker, die Titan, die Titan Renegade, die Warlock. Die Eclipse, die Gladius, die Gladius Valiant. Die Aegis Hammerhead, Reclaimer, Redeemer, der Retaliator Bomber. Die Saber, die Saber Comet und die Vanguard Varianten Habinger, Hopelight, Sentinel und Warden. Alle aktuellen flugfertigen Schiffe von Aegis Dynamics können hier bewundert und zum Testen ausgeliehen werden. Die Alien-Schiffe fliegen wieder in ihre Systeme und an Tag 3, dem 19. November, begrüßen wir dann Crusader Industries und Tumbral Land Systems. Hier bekommen wir dann Raumschiffe und Fahrzeuge von zwei Manufakturen zu Gesicht. Von Crusader Industries gibt es die erst kürzlich erschienene A1 Spirit und gefolgt von dem Neuankümmling der C1 Spirit, der Transport Variante, auf die sich einschließlich mir schon einige freuen. Dann gibt es neben diesen beiden Schiffen noch die Ares Inferno, die Ares Iron, die A2 Hercules, die C2 Hercules und die M2 Hercules zu sehen, sowie die von mir geliebte Crusader Mercury Star Runner. Von Tumbral Land System, ein Unternehmen, was sich auf Fahrzeuge spezialisiert hat, bekommen wir den neuen Tumbral Storm zu Gesicht, den wir an diesem Tag natürlich auch noch ausgiebig testen werden. Zudem steht auf der Messe der Tumbral Cyclone als Standardvariante, der Cyclone AA, der Cyclone MT, der RC, der RN und der Cyclone TR, Ja, so wie natürlich der allseits beliebte Panzer, der Tumbral Nova Tonk, äh Tank. Am vierten Tag, dem 20. November, begrüßen wir das Nobelunternehmen Origin Jumpworks. Hier kommen dann die Freunde der Luxusschiffe auf ihre Kosten mit der Origin 85X, dem Beiboot der 890 Jump, der Einsteigerserie von Origin der 100i, der 125a und der 135c. Gefolgt von dem etwas größeren Line-Up der 300i, der 315p, der 325a und der 350r. Und dann darf natürlich auch die 400i nicht fehlen, so wie die 600i Touring, neben der diesmal ausgestellten 600i Explorer Variante, allerdings wahrscheinlich noch im alten Design. Und wem das noch nicht reicht, der kann sich eventuell für die 890 Jump begeistern, dem riesen Luxusliner von Origin Jumpworks. Guckt euch das Ding unbedingt an, es ist wirklich eine Meisterleistung. Und ganz am Schluss haben wir noch die Origin M50, das Racing Schiff von Origin Jumpworks. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, der rattert da durch die Zahlen durch, was ist das denn überhaupt, was ist denn die 300er Serie, was ist die 100er Serie, ich komme da nicht mit. Ja, der guckt natürlich in den Stream, da gehen wir dann einzeln auf diese Schiffe ein und erklären euch die Unterschiede und die Vor- und Nachteile. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf verlassen. Einer meiner absoluten Lieblingshersteller ist Drake Interplanetary und dieses Unternehmen öffnet am 21. November, am 5. Tag, die Messetore. Und wir können die Buccaneer bestaunen, die Caterpillar, die Corsair, die Cutlass-Serie mit der Black, der Blue, der Red und der Steel. Die Cutter, so wie die Cutter Scout, sind natürlich selbstverständlich auch ausgestellt. Dann haben wir noch die Dragonfly Black, die Herald, die Mule und die Vulture, einem Salvaging Schiff, mit der neben der Redeemer in den nächsten Updates das Munching mit ins Spiel kommt. Kommen wir zum sechsten Tag, dem 22. November, mit Argo Astronautics, Consolidated Outland, Grey Cat Industrial und Kruger Intergalactic. Hier haben wir gleich vier Hersteller, die uns mit ihren Exponaten begeistern wollen. Los geht es mit Argo Astronautics. Hier bekommen wir den Neuzugang, den SRV, den Abschlepper zu Gesicht und können diesen dann auch endlich in der Live-Umgebung testen. Weiter geht's mit der Mule, dem MPUV Cargo sowie dem MPUV Personal und der Raft. Consolidated Outland bietet uns den Hoverquad, die Mustang-Serie mit der Alpha, der Beta, Gamma und Delta sowie der allseits beliebten Nomad, einem Einsteigerschiff, was einiges zu bieten hat. Gefolgt von Grey Cat Industrial mit vier Fahrzeugen, dem ROC, dem ROC-DS, dem STV und dem PTV. Und auch Kruger Intergalactic ist mit am Start mit dem Beiboot der Constellation und zwar der P-52 Merlin sowie der Luxus-Variante der P-72 Archimedes. Und da sind wir auch schon am siebten Tag, dem 23. November mit Anvil Aerospace. Hier bekommen wir die Arrow, die Ballista, die C-8R Pisces, die C-8X Pisces, die Carrick, die Hornet-Reihe mit der F-7C Hornet, die F-7C Hornet Wildfire, die F-7C M Super Hornet, die F-7C R Hornet Tracker, die F-7C S Hornet Ghost sowie die Gladiator, die Hawk, die Hurricane, den Spaten, die Terrapin und die Valkyrie zu Gesicht. Alles samt hochentwickelt militärische Raumschiffe und Fahrzeuge. Am 8. Tag, dem 24. November, bekommen wir wieder ein bisschen Alien-Technologie zu Gesicht. Denn der Musashi Industrial & Starflight Konzern hat einen Vertrag mit den Shian getroffen, die zusammen mit diesem Unternehmen und dem Tochterunternehmen Mirai Alien-Technologie in die Entwicklung einfließen lassen. Hier sehen wir die Mirai Fury, die Mirai Fury LX sowie die Mirai Fury MX. Gefolgt von dem Freelancer-Line-Up mit der Standardvariante, der Dur, der Max und der Miss, die Hall A sowie die Hall C sind ebenfalls ausgestellt, sowie das Mining-Einsteiger-Schiff, die Prospecta. Dann kommen wir wieder zu ein paar Mirai-Schiffen, die vorher zum Musashi Industrial & Starflight Konzern gehörten, der Racer als Standardvariante, der EX und der LX. Gefolgt von der Reliant-Serie, der Core, der Marco, der Zen und der Tana, sowie dem Tankschiff, der Starfarer als Standardvariante und einmal ein bisschen mehr in die militärische Richtung abgezielt, der Gemini. Und somit sind wir schon am 9. Tag, dem 25. November angekommen und hier präsentiert uns Roberts Space Industries, seine Exponate. Mit der Aurora Clipper, der Aurora Essential, der Aurora Legionär, der Aurora Luxus sowie der Aurora Mark. Gefolgt von der Constellation-Reihe, der Andromeda, der Aquila, der Phoenix und der Taurus. Dann können wir den Lynx Rover begutachten und Probe fahren, einem luxuriösen Fahrzeug, was mit der Constellation Phoenix ausgeliefert wird. Dann haben wir die Mantis noch, die Scorpius sowie die Scorpius Antares und dem Ursa Rover. Am 10. Tag, dem 26. November, ist dann Best in Show. Hier haben dann die vier Gewinner des letzten Ship-Showdowns, der Corsair, der 600i, der Redeemer und der Vulture, noch einmal die Chance, sich in ihrem neuen Gewand zu zeigen. Denn es gibt wie jedes Jahr eine Expo-Farbe und wir sehen es hier schon auf dem Bild. Dieses Jahr ist es so ein Flip-Flop-Lack, der von lila ins bläulich übergeht und auch diesen werden wir uns selbstverständlich ansehen. Und da sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Von Tag 11 bis 14, vom 27. bis zum 30. November, wird das große Finale eingeläutet. Hier könnt ihr an die Rental-Kiosks gehen, die ihr hier auf dem Bild seht. Das sind Monitore und hier könnt ihr nochmal alle Schiffe euch ausleihen, Testfliegen und euch eventuell für das ein oder andere Schiffchen oder Fahrzeug entscheiden. An alle Neuankömmlinge, ihr könnt euch natürlich auch den New Player Guide reinziehen, sowie die Knowledge Base und den Travelers Guide. Aber das Ganze ist leider in Englisch. Da guckt ihr lieber meine Videos, verfolgt meinen Stream. Da seid ihr ebenfalls bestens informiert. Wir gehen rüber ins Spektrum zum IAE 2953 FAQ. Was heißt FAQ? Das heißt so viel wie Frequently Asked Questions. Was so viel heißt wie die Fragen, die am meisten gestellt werden. Viele wichtige Infos, die du vor dem Start der IAE wissen solltest. Frage Nummer 1. Was ist überhaupt die IAE? Die Intergalactic Aerospace Expo, auch IAE genannt, ist die wichtigste Raumschiffmesse des Universums. Es bietet jedem die Möglichkeit, einige der größten, besten und berühmtesten Schiffe und Bodenfahrzeuge von Star Citizen aus nächster Nähe zu sehen, während jeden Tag verschiedene Hersteller die Hallen erobern. Außerdem kann fast alles, was ausgestellt wird, kostenlos getestet werden. Frage Nummer 2. Wann findet die IAE statt? Die IAE findet vom Freitag, dem 17. November bis zum 30. November statt. Jeden Tag übernimmt ein anderer Schiffshersteller für jeweils 48 Stunden die Hallen des Tobin Expo Centers. Frage Nummer 3. Um wie viel Uhr beginnt die Veranstaltung? Die IAE öffnet ihre Tore am 17. November um 17 Uhr hier in Deutschland. Frage Nummer 5. Ich habe weder ein Star Citizen Spielepaket noch ein Raumschiff im Spiel. Wie reise ich denn zur Veranstaltung auf Microtech? Für die Dauer der IAE hat jedes Konto Zugriff auf die Drake Cutter. Gehen Sie nach dem Start zum nächstgelegenen S-Hop Schiffsterminal, um darauf zuzugreifen. Frage Nummer 6. Wo findet die IAE statt? Wo muss ich hin? Die IAE 2953 findet im Tobin Expo Center in der Stadt New Babbage auf dem Planeten Microtech statt. Frage 7. Wie komme ich zum Tobin Expo Center? Begeben Sie sich zunächst zum Planeten Microtech. Wenn dies Ihr erster Besuch im Stanton-System ist, können Sie sich dafür entscheiden, in New Babbage Asperia Grand zu spawnen, indem Sie diesen Ort im Hauptmenü als Hauptwohnsitz auswählen. Wenn Sie bereits Sternenbürger sind, reisen Sie nach Microtech, Quantum travelen Sie nach New Babbage und landen Sie dann auf dem interstellaren Raumhafen. Von dort aus nehmen Sie die Bahn und steigen am Tobin Expo Center aus. Egal, wo Sie in den Zug einsteigen, Sie werden irgendwann an der richtigen Haltestelle ankommen. Frage Nummer 8. Wie miete ich ein Schiff? Die Intergalactic Aerospace Expo zeigt während der gesamten Veranstaltung Schiffe verschiedener Hersteller. Wenn Sie etwas sehen, was Sie gerne testen würden, gehen Sie darauf zu und halten Sie die F-Taste gedrückt, um das Menü in der Sword zu öffnen. Leider befürchte ich hier schon wieder, dass Sie nicht dazugelernt haben und kleine Schilder gemacht haben, wo man die Schiffe mieten kann. Warum denn immer auf das Schiff klicken? Naja, gut, okay, ich reg mich nicht auf. Das Schiff wird nun hervorgehoben. Klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf das Wort Mieten. Oder Rent ist ja Englisch. Ihr Mobiglas öffnet sich. Bestätigen Sie die Miete, indem Sie unten rechts auf Rent klicken. Anschließend können Sie sich dann zu einem der unzähligen Aesop Terminals im ganzen Wörst begeben, um diese dann auszuleihen. Frage Nummer 9. Wie lange können Schiffe gemietet werden? Sie können Schiffe und Fahrzeuge mieten, solange diese während der Intergalactic Aerospace Expo ausgestellt sind. Alle Hersteller tun dies für 48 Stunden. Schauen Sie außerdem auf den Fahrplan, das ist das, was wir uns vorhin schon angeguckt haben, welche Schiffe an welchen Tagen besichtigt und gemietet werden können. Frage Nummer 12. Benötige ich das Spiel Star Citizen, um die IAE zu besuchen? Nope. Während der Dauer des Events kann jeder Star Citizen kostenlos spielen. Sie müssen lediglich die Seite Jetzt Spielen besuchen und dann den Anweisungen folgen. Kann ich einen Freund einladen? Ja, ich... Sie müssen lediglich die Seite Jetzt Spielen besuchen, ein Konto erstellen und ins Spiel einsteigen. Vergessen Sie nicht, dass Sie durch die Verwendung Ihres Referral Codes, ich blende meinen hier unten nochmal ein, bei der Kontoerstellung zusätzliche 5000 UECs erhalten. Und wenn Sie sich entscheiden, nach dem Freefly Event zu bleiben, erhält derjenige, dessen Referral Code er benutzt hat, einen entsprechenden Referral Punkt auf seiner Liste. Frage Nummer 14. Welche Schiffe erhalten die Best in Show Pains? Alle vier Schiffe, die es ins Halbfinale des jüngsten Ship Showdowns 2953 Events geschafft haben, die Drake Corsa, die Drake Vulture, die Aegis Redeemer, sowie die Origin 600i Explorer erhalten die limitierte Best in Show Lackierung, sowie ein In-Game Hersteller Poster. Oh nice, das wusste ich auch noch nicht. Cool, ein Poster, nicht schlecht. Diese stehen allen Spielern zur Verfügung, die diese Schiffe in ihrem Webhangar haben. Wenn Sie bereits eines dieser Schiffe besitzen, erhalten Sie am letzten Tag der Veranstaltung kostenlos die EIAE-Exclusive Lackierung und zusätzliche Gegenstände. Um also den Anspruch auf diese Anstriche zu haben, müsst ihr die Schiffe in eurem Webhangar haben und nicht im Buyback. Das ist halt ganz wichtig, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch die Schiffe aus dem Buyback zu holen, solltet ihr das tun, denn nur so bekommt ihr die Best in Show Pains. Und jeder, der sich während der EIAE für ein Best in Show Schiff entscheidet, erhält ebenfalls die Farbe und die Gegenstände. Wenn Sie das Schiff noch nicht besitzen, werden die Vehikel während der Best in Show Tage nach dem 26. November mit den zusätzlichen Items gebundelt. Bitte beachten Sie, dass diese Best in Show Ausgaben nur die Goodies des Schiffspakets enthalten und keine zusätzlichen Kopien der Belohnung gewähren. Die Best in Show Schiffe können zwischen dem 26. und 30. November ebenfalls kostenlos geflogen werden. Frage Nummer 15. Wird es Warbound CCUs geben? Ja. Schauen Sie während der gesamten Messe täglich vorbei, um zu sehen, was verfügbar ist. Jeder Warbound CCU Daily Deal gilt nur für 24 Stunden. Das diesjährige Finale vom 26. November 17 Uhr bis 30. November 21 Uhr wird jedoch eine Aktualisierung mit neuen Warbound CCUs beinhalten, die zu diesem Zeitpunkt nur für ausgewählte Hersteller verfügbar sein werden und die vorherigen Tagesangebote ersetzen. Kommen wir zur letzten Frage, Frage Nummer 16 und die wahrscheinlichst interessanteste Frage für jeden von euch. Wird es Schiffe mit begrenzter Stückzahl geben? Und welche sind es? Ja, jedes Schiff mit begrenzter Stückzahl ist auf 1 pro Konto begrenzt und wird im Warbound und oder mit Straw Credits verfügbar sein und in drei Wellen freigegeben werden, um so viele globale Zonen wie möglich abzudecken. Kommen wir zunächst zu den drei Wellen. Die erste Welle startet immer zur Eröffnung eines neuen Herstellers pünktlich um 17 Uhr. Die zweite Welle hier in Deutschland ist dann um 1 Uhr nachts, müsst ihr halt ein bisschen wach bleiben. Und die dritte Welle ist dann am nächsten Tag morgens um 9 Uhr. Wollt ihr eins dieser folgenden, wunderschönen, großen, limitierten Schiffe haben, müsst ihr euch entweder in den Wecker stellen oder und schnell sein. Am Tag 2, dem 18. November, habt ihr die Möglichkeit, die Aegis Idris P und den Javelin Destroyer von Aegis Dynamics zu plätschen. Am vierten Tag, also zwei Tage später, am 20. November, ist dann die Origin Jumpworks 890 Jump im Angebot. Einen Tag später, am 21. November, könnt ihr dann die Drake Kraken sowie die Drake Kraken Privateer plätschen. Am sechsten Tag, dem 22. November, ist dann die Consolidated Outland Pioneer am Start. Ein Schiff, was ihr für den Basenbau verwenden könnt, der uns ja zur CitizenCon angekündigt wurde. Am Tag 8, dem 24. November, könnt ihr dann auf die Misk Hall E plätschen. Eines der größten, wenn nicht sogar das größte Transportschiff im Universum von Star Citizen. Und am Tag 9, dem 25. November, schließt das Ganze dann die RSI Constellation Phoenix ab, der Luxusliner der Constellation-Reihe. Soviel zum FRQ und den limitierten Schiffen. Bleiben wir im Spektrum und schauen auf den 2024 Buyback-Token. Grüßt euch Citizens! Jedes Quartal wird ihr Konto ein neuer Buyback-Token-Gut geschrieben, der ihnen die Möglichkeit gibt, ein Schiff, das sie zuvor eingeschmolzen haben, mit Store-Credits zurückzufordern. Zur Erinnerung, Buyback-Tokens können nicht verlängert oder gestapelt werden. Wenn sie also vorhaben, einen zu verwenden, stellen sie sicher, dass sie dies im vorgesehenen Quartal tun. Kommen wir nun zum Schedule 2024. Quartal 1, Montag, dem 8. Januar 2024, bekommt ihr den ersten Buyback-Token, wo ihr dann ein Schiff zurückholen könnt aus dem Buyback. Im zweiten Quartal steht euch dann am Montag, dem 8. April 2024, der Buyback-Token zur Verfügung. Der dritte Buyback-Token erscheint am 8. Juli, ebenfalls ein Montag, im dritten Quartal. Und im vierten Quartal steht euch der Buyback-Token ab dem 27. Oktober 2024 zur Verfügung. Wisst ihr Bescheid? Und da sind wir auch schon beim Roadmap-Update und der Übersicht. Ich weiß, Freunde, es sind jede Menge Informationen in dieser Worst News versteckt. Und wahrscheinlich raucht euch schon die Birne. Zunächst kommen wir zu den nennenswerten Änderungen vom 15. November 2023, bevor wir dann auf die Roadmap schauen. Release View. Die folgende Karte hat ihre letzte Prüfung bestanden, daher ändern wir ihren Status auf Committed, also bestätigt. Kommt auf jeden Fall. Player Hair Update. Aktualisierung des Star Citizen Charakter Customizers mit 20 Frisuren aus Squadron 42. Dazu gehören lange Haare, zusammengebundene Haare und Aktualisierungen der vorhandenen Kurzhaarfrisuren. Die folgenden Karten wurden zur Release View hinzugefügt und zielen auf eine Veröffentlichung im vierten Quartal der Alpha 3.22 ab. New Derelict Settlements. Siedlungen mit Gameplay und sozialen Elementen, die mit dem Raster-Tool in der Wildnis von Stanton verteilt sind. Arena Commander. Neue Karte. Bloodshot Ridge. Eine von Stantons neuen verlassenen Siedlungen schließt sich dem Arena Commander für alle FPS-Modi und allen Flug-Modi an. Außer Classic Rays und Pirate Swarm. Ja geil, neue Karten auf irgendwelchen verlassenen Außenposten, das ist natürlich sehr geil. Noch eine Karte. Arena Commander. Makers Point. Makers Point, eine raue und stürmische Siedlung auf Hurston, findet den Weg in alle FPS-Modi im Arena Commander. Also hier keine Flug-Modi, nur Geballer, aber geil. Und das allerbeste, Freunde, was mich richtig gefreut hat. Arena Commander, Multicrew und Spawn Locations. Aktualisierung aller Karten, um ein neues Spawn-Standortsystem für die Spawn-Auswahl zu nutzen. Dieses Update ermöglicht euch die lang erwartete Einführung von Multicrew in Squadron Battle, Pirate Swarm, Vendal Swarm, Team Tank Battle und Free Flight. Ja, leider noch kein FPS, aber ich denke mal, das wird folgen. Soviel zum Roadmap-Update. Wir gehen mal rüber in die Roadmap und schauen uns an, wie das Ganze nun aussieht. Schauen wir hier zunächst auf die Alpha 3.21, die ja auch mit der 3.21.1, dem jetzt folgenden Patch, gebundelt wurde. Unter Location haben wir den Release New Crusader Platforms. Den kennen wir ja bereits, weil er ja schon released ist. Dann unter Gameplay, fünf Entries. Einmal released New Mission, Retrieve Consignment. Das ist in unseren Bunkern, wo wir hier zu diesem Automaten gehen müssen, um dort ein paar Kisten rauszuziehen. Haben wir ja auch schon gemacht. Sehr, sehr geil. Das Vehicle Tractor Beam kommt dann mit der 3.21.1 rein. Haben wir auch schon getestet. Ist committed, wird auf jeden Fall kommen. Neue Mission, Steel Evidence, ebenfalls bereits released. Und Ship Trespassing, das kommt ebenfalls mit der 3.21.1, sodass keine fremde Flitzepiepe auf unsere Schiffe kann, ohne ungestraft davon zu kommen. Ebenfalls committed und bestätigt ist die Mission Data Heist, die ich mit dem Chris noch nicht einmal hingekriegt habe, obwohl wir sie schon vier bis fünf Mal versucht haben. Verdammte Axt. So viel zum Thema Gameplay. Schiffe und Vehikel. Mit der 3.21, dem Komplettpatch, kommt die Crusader A1 Spirit, sowie die Crusader C1 Spirit, dann der Tumbrel Storm, der Argo SAV und die Drake Cutter Scout ist ebenfalls hiermit inbegriffen. So, Cortec, was haben wir da? Replication Layer Update, ein wichtiger Punkt, steht noch auf den Tative, aber ich denke mal, wird irgendwann dann auch bestätigt werden. Gehen wir rüber zur 3.22 und dem Quartal 4 Patch für dieses Jahr, also dem letzten Patch. Der hat sich ein bisschen gefüllt. Hier unter Characters, gerade erfahren, sind die Haare, die kommen auf jeden Fall und sind bereits bestätigt für diesen Patch. Locations kommen dazu, die neuen Derelict Settlements, die das Stanton-System ein bisschen bereichern werden und denke ich mal, auch von Turbulent fantastisch gestaltet sind und da können wir uns sehr drauf freuen. Gucken wir uns an, sobald sie da sind. Unter Gameplay 5 Entries, einmal Salvage Structural und hier können wir das Munching erwarten, eine Erweiterung im Salvaging Gameplay, wo wir dann letztendlich Schrottteile in den Schiffen zerkleinern und zu Material umwandeln. Sehr, sehr geil. Inventory Cargo Containers, auch richtig cool. Wir können in Zukunft die Cargo Container aufmachen und dort andere kleinere Boxen, Fahrzeuge reinlegen, reinstellen und dann weiter transportieren. Auch eine sehr coole Sache. Neue Maps für den Arena Commander, einmal Bloodshot Ridge, sowie Marcus Point und das Multicrew, was ich gerade vorgelesen habe, ist ebenfalls hier mit reingewandert, stehen aber alle unter Tentative noch. Also geplant sind sie und noch nicht bestätigt. Dann haben wir unter Chips and Vehicles ebenfalls vier Einträge, einmal die Aopoa Santokai und was mich richtig, richtig, richtig gefreut hat, Endlich kommt die Origin X1 Serie ins Spiel. Das ist mein absolutes Lieblings-Hoverbike, auf das ich mich schon sehr, sehr lange freue und ich freue mich da schon richtig mit euch über die Oberflächen zu düsen. Soviel zum Roadmap Update. Kommen wir nun zum Ende dieser Worst News und einem kleinen Highlight, nämlich der Bekanntgabe des Gewinners, der Drake Cutter Scout. Inklusive komplettem Star Citizen Spielepaket und einer lebenslangen Versicherung. Ihr solltet unter dem Video, in dem ich euch die Cutter Scout vorgestellt habe, in die Kommentare schreiben. Hashtag Star Citizen Cutter Scout. Und unter diesen Einträgen werden wir nun einen Gewinner ziehen. Es ist der Fantastische oder die Fantastische Schogo. Mensch, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Das ist doch ein Ding. Ja, sehr, sehr geil. Du schreibst mir am besten über Discord. Ich brauche eine E-Mail-Adresse von dir. Und dann werde ich dir dieses wunderschöne Spielepaket giften. Ich hoffe, du freust dich. Ja, somit sind wir am Ende der Worst News angelangt. Wie schon gesagt, eine unheimliche Flut an Informationen, die ich hier für euch hatte. Ihr könnt euch die Sendung natürlich noch zwei, dreimal anschauen, euch Notizen machen. Aber viel wichtiger ist, morgen Abend 16.30 Uhr beginnt der Livestream auf meinem YouTube-Kanal. Wir werden jeden Tag auf die Messe gehen, auf die RSI-Seite gehen. Ihr werdet alle Informationen bekommen, die ich für euch habe. Wenn ihr Fragen habt, haut raus. Wir haben wirklich ein fantastisches Team, was mit richtig, richtig viel Ahnung daherkommt. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall. Bin gespannt wie ein Flitzebogen, was Cloud Empyreum Games für uns bereithält. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend. Macht es gut. Tschüss.